Und das können Sie nicht verwischen, das lassen wir auch nicht zu, auch wenn Sie mit irgendeiner Rhetorik draußen die Bevölkerung adressieren, indem Sie in Wahrheit blau Putin-Propaganda, perverse Putin-Propaganda hier verbreiten. Und ich weiß schon, es wurde ja... Herr Vizekanzler, Herr Vizekanzler, dieser Appell, den der Herr Präsident in seiner Vorsitz für vorher an dieses Hohe Haus und an die Abgeordneten gerichtet haben, was trotz dieser emotionalen Debatte, aber gerade an diesem Tag wie heute, wir auch unterschiedliche Meinungen respektvoll austragen müssen. Der gilt auch für Sie und deshalb würde ich auch Sie ersuchen, sich sozusagen der Würde des Hauses entsprechend hier zu äußern und Ihre Meinung und Position auch so vorzutragen. Danke. Danke, Frau Präsidentin. Ich bleibe aber dabei, das ist ja ein Zitat von einigen anderen hier, dass hier von blau Putin-Propaganda betrieben wird. Und wenn wir den Begriff pervers übersetzen, dann heißt das nur, dass sich die Wirklichkeiten verkehren in der... Herr Abgeordneter, Herr Vizekanzler, ich habe nicht nur die Frage, ob Sie von perversen Ausdrucksweisen sprechen oder nicht, aber auch Ausdrucksweise, das wird doch wohl in Ihren Kopf reingehen, sind sozusagen Dinge, wo ich Ihnen keinen Ordnung suche und wo ich auch das der Debatte geschuldet sehe, aber Sie ganz höflich aufgefordert habe. Darf ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin wirklich der tiefsten Überzeugung, dass das heute ein besonderer Tag ist, nämlich ein ganz ein trauriger Jahrestag, den wir hier begeben. Und dieser traurige Anlass, der verpflichtet uns im Besonderen, uns alle, von der Regierungsbank bis zu den Abgeordneten, er verpflichtet uns, diese unterschiedlichen Positionierungen, möglicherweise verschiedenen Meinungen auch so auszutragen, dass wir die Würde des Hauses nicht verletzen und auch unser Umgang miteinander einer ist, der nicht in verbrannter Erde dann enden soll. Und deshalb habe ich das erwähnt, ohne einen Ordnungsruf zu erteilen.